Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute ist Sonntag, wir haben ein neues Team of the Season am Start und das hört auf den Namen ProLeague Team of the Season. Mit dem Deutschen Unter, Fanecken, Ito und viele, viele mehr. Alles gemeinsam schaut es natürlich heute hier in diesem Video an. Außerdem haben wir die 93 plus Eigen Moments Upgrade SPC am Start. Das Ganze ist zweimal wiederholbar. Wir haben eine Showdown SPC, Italien gegen Argentinien und natürlich auch ein weiterer Token, der ansteht. Alles gemeinsam heute hier in diesem Video. Bevor wir aber rein starten, lasst wieder sehr, sehr gerne Liebe da. Und wir müssen ganz kurz darüber einmal kurz quatschen, Freunde. Im gestrigen Video haben wir nur 190 Likes geschafft. Freunde, das schaffen wir doch auf jeden Fall, auf jeden Fall besser. 500 Likes gilt hier als hier aus. Lasst uns sie so schnell wie möglich voll machen. Insofern nehmt euch mal bitte kurz die zwei Sekunden Zeit. Gebt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch schnell die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen. Auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, denn ich bin hier täglich für euch am Start. Und wenn ihr das Ganze supporten wollt, dann schaut sehr, sehr gerne bis zum Ende. Teilt es mit euren Freunden und interagiert bitte, bitte, bitte mit dem Video. Damit könnt ihr mir schon extrem, extrem weiterhelfen. YouTube liebt das Ganze. Insofern gerne auch für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und an dieser Stelle schon mal Dankeschön dafür. Ja, damit könnt ihr meine tägliche Arbeit wirklich unterstützen. Und insofern GG an euch. Fangen wir erstmal an mit den Zielen, Freunde. Und fangen damit an mit einem, der schon geleakt worden ist. Hoet oder Hoet oder wie auch immer ausgesprochen wird. Im Niederländischen natürlich. Fünf Segmente. Eine Woche haben wir Zeit für den Kollegen. Und da ist der Token übrigens drin versteckt. Falls ihr keine Token mehr verpassen wollt, in der Instagram Story packe ich euch das rein. Immer, jeden Tag. Und auf der anderen Seite packe ich euch das auch im Clips Channel. Archigame Eclipse. Könnt ihr auf dem i einmal abchecken. Da seht ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Torekonto. Damit zeigt es an. Erziele 20 Tore. Wieder beliebiger Modus. Dann haben wir wieder zwölf separate Partien zum Torschützen. Beliebiger Modus. Ja. Easy Game mit Dealerlern zum Torschützen. Gewinne 10 Partien. Und da haben wir Maddox. Das ist Token Nummer 6 von 25 für Team of the Season Swaps 2. 15 Spieler ist dann das nächste. Beliebiger Modus wieder am Start. Und Flankenschance. Bereite 8 Tore Per Flanke vor. Also identisch wie beim Tots Maxime. Übrigens bei der ein oder anderen Konsole. Ich weiß nicht, ob es nur am PC war. Aber Maxime war nicht überall zu sehen, sozusagen gestern. Sollte gefixt sein. Und aufgrund dessen, ich glaube, einen Tag länger ist er jetzt auch am Start, wie ich das gesehen habe. Oder zwei Tage. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall wurde da zeitlich etwas, ja, draufgesetzt. Also, wir halten fest. Maddox. Das ist der sechste von 25 Token. Den gibt es hier bei Team of the Season Hüt. Ja. Das zu den Zielen. Und dann gehen wir auch direkt straight rein, nachdem wir gleich das Team of the Season uns mal anschauen. Übrigens viele fragen auch, habe ich das 84 mal 25er Pack schon geöffnet? Die Antwort lautet ja. Und ich sage euch eins, Freunde. Ich bin gebrochen. Ja. Ich packe euch das morgen mal auf den Clip-Channel. Mein Pack davon. Echt, Freunde, was da los war. Ich zeige euch das in dem Video auf jeden Fall. Kommt morgen auf den Clip-Channel online. Aber jetzt erstmal zu den SBCs. League of Team of the Season Challenge 2. Jumbo Premium Gold Pack ist da am Start. Und das ist eine ganz coole SBC. Denn wir müssen nur 75er Grand Squad abgeben. Nichts mit seltenen, was da ansteht. Ja. Und insofern hier eine coole, kleine, feine SBC, wo man auf jeden Fall das Jumbo Premium Gold Pack mitnehmen sollte. Ja. Das zum Team of the Season Tab. Und dann kommen wir zu dem Showdown. Ich habe es gesagt. Italien gegen Argentinien. Ist da am Start. Finalissima. Duell. Heißt es da. Eben im Chat wurde gesagt. EM-Sieger gegen Coppa-Sieger. Romero gegen Emerson. Ja. Ist da am Start. Linksverteidiger gegen Innenverteidiger. Innenverteidiger muss ich sagen. Sieht sehr, sehr nice aus. 88 Tempo. 91 Def. 92 Füße. Und wir dürfen nicht vergessen. Aus natürlich der Premier League. Insofern bin ich da gleich mal sehr, sehr gespannt. Wir fangen aber mal mit Emerson an. Und der bringt 3-4 mit. Hochmittelarbeitsraten. Und ich denke, ja. Ich denke auf jeden Fall, der ist eher so der offensivere Linksverteidiger. Ja. Linker Außenverteidiger. Den könnte man in Dead Eye geben. Und dann eventuell auch auf dem... Ja. Ich meine, der Schuss ist natürlich nicht brutal gut. Aber linker Außenverteidiger auf dem LM. Fünferkette. Kann man den auf jeden Fall sehr gut spielen. 97er Aussteuer. Hochmittelarbeitsraten. Der hat Pace am Start. Der läuft euch da alles ab. Ja. Der läuft euch da auf jeden Fall alles ab. Passend jetzt zum Ligue 1. Team of the Season. Ein aus der französischen Liga zumindest. Die Frage ist, was kostet der gute Mann? Ein 83er mit dem Team of the Ligue 1. Team of the Season. Oh, bei beiden. Und ein 86er. Uh. Oh. Das ist aber schon sehr teuer. Für so eine... Also das weiß ich jetzt nicht, ob wir das... Ob ich das abgeben würde. Das ist vielleicht so ein 50-50-Ding. Wir gucken gleich mal genauer auf den Preis bei Footbillen. Romero ist dann am Start. Gucken wir zu seiner Karte erstmal rein. Hallo. Wer uns hier erlässt. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Jawohl. Dankeschön. Drei Sterne. Drei Sterne. Gering. Hoch Arbeitsraten. Ja. 95er-Reaktion. Das ist ein Innenverteidiger, mit dem man definitiv arbeiten kann. 290-Physis. 91-Verteidigen. Ich hab's gesagt. Gute Reaktion am Start. Ja. Der hat alles, was ein Innenverteidiger braucht. Keine komische Tempo-Aufteilung. Dem ein Encore drauf. Und dann Spaß haben. Vielleicht auch ein Shadow. Mal gucken, was der gute Mann kostet. Auch ein 83er und 86er? Nee. War klar. Er wird... Hoffentlich ist das rechts kein 87er-Gerated-Squad. Dann, glaube ich, ist es in Ordnung. 84er ohne Special-Karte, wohlgemerkt. Und dann ist es in 86er identisch. Also anstatt des 83er in den 84er, aber dafür keine Special-Karte. Finde ich schon eher in Ordnung für so eine sehr, sehr gute Karte. Linksverteidiger ist halt schwierig. Wir haben jetzt nur einen Mensch zum Beispiel draußen. Es gibt viele Alternativen. Ich meine in der Innenverteidigung auch. Aber ich denke, viele haben Premier League-Squad und werden sich definitiv über diesen Romero freuen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das aber erstmal jetzt auf den ersten Eindruck zu den Showdown-SBCs. Wir gehen weiter. Und da hinten versteckt sich noch eine kleine feine SBC, die jetzt jede Woche Sonntag, glaube ich, gekommen ist. Das ist die 93-Plus-Icon Moments Upgrade. Die war zuvor 92-Plus-Icon Moments Upgrades. Und ich glaube, letzte Woche hat es angefangen mit den 93-Icon Moments Upgrades. Und die ist jetzt hier am Start. Und die ist günstiger als vorher, Freunde. Ein bisschen günstiger. Eine Woche da, zweimal wiederholbar das Ganze. Und wir müssen zwei 87er abgeben und einen 88er und einen 89er. Ich glaube, letzte Woche waren es zwei 89er Greatest Squads und zwei 88er Greatest Squads. Hier keine Special-Karte. Hier Team Rodrigo oder Team of the Season. Hier dann Team Rodrigo oder Team of the Season. Beim 87er und beim linken 87er nix. Wir bekommen natürlich auch kleine feine Sets zurück. Wie gesagt, sind nicht die besten Sets. Aber wir halten fest, es ist, wenn ihr Bock habt, auf das Ganze ein bisschen günstiger geworden, in Anführungsstrichen. Falls ihr also euer Risiko eingehen wollt, 93-Icon Moments Upgrade ist am Start. Aber nicht vergessen, wir haben ja auch Icon Swaps beispielsweise. Hier das Angriff Mittelfeld Pack, falls ihr das mitnehmen solltet. Da ist es natürlich hier am Start. Und hier haben wir das Icon Moments Pack 93 Plus für acht Token. Also die bitte auch nicht vergessen, Freunde. Hier haben wir zum Beispiel auch Icon Moments Spielerwahl, eine 93 Pluser. Ja, falls ihr da schon natürlich was habt, ist natürlich die Frage, lohnt sich so eine SPC? Ja, ich würde sagen, wir gehen rein zu Footbin und schauen uns das Ganze mal an. Und ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir sogar das ein oder andere Icon Moments Pack. So, Freunde, jetzt nehme ich euch aber mit zu Footbin. Und der Twitch-Sheller hat direkt schon eben gesagt, er ist natürlich gut linkbar, so ein Emerson. Wir können das Ganze gerade nochmal refreshen, ob sich da was verändert hat. Nee, wir haben hier noch keinen Preis am Start. Aber Emerson wäre natürlich direkt der Strongling am Start. Start Italien League A. Da wäre der Link direkt zu einem Verratti da. Die Verratti SPC hier unten am Start, 93er rated. Und dann haben wir, wie gesagt, Romero. Der kommt sehr gut an, 73 Prozent Daumen hoch. Hier ist es auch sehr positiv, 60 Prozent. Hätte ich nicht gedacht, dass er so gut ankommt. Vielleicht wegen dem Verratti-Link auch. Kann auf jeden Fall sein. Ja, und die Icon Moments Upgrade SPC, ich glaube, die kann wirklich nicht jeder mehr sehen. Zweimal wiederholbar, 530.000 Münzen anscheinend, jetzt kurz nach 19 Uhr. Und bei Romero sprechen wir von 130.000 Münzen. Ist in Ordnung eigentlich. Für eine Karte, wie gesagt, die kann noch geupgradet werden. Ihr dürft nicht vergessen, der Gewinner bekommt quasi ein Plus-2-Upgrade. Wie das jetzt auch beispielsweise bei dem UEFA Champions League Finale war. Ja, und insofern hier noch die Möglichkeit des Upgrades. Die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. League of Tots Challenge mal nebenbei einfach zu machen, die zweite. Insofern da nichts gegen zu sagen. So, und jetzt geht's los, Freunde. Wir haben das Team of the Season draußen. Draußen, das zweite sozusagen. Gestern war ja das türkische rausgekommen. Mit einfach einem Biest schlechthin. Mit einfach einem Balotelli, der einfach geisteskrank aussieht. Wir gucken uns jetzt alle mal gemeinsam an. Und natürlich auch Hoth als Objective-Karte. Und ihr lasst mich gerne mal in die Kommentare anwissen, wie eure Meinung einmal dazu ist. Wir haben Butz draußen. Er ist in Silbersets zu ziehen, theoretisch. Ist ein Torhüter. Seine Reaktion bei 69. Insofern, klar, deshalb günstig. Kein guter Torhüter. Linksverteidiger. Sergio Gomez, Ex-BVB-Spieler. Vier Sterne, drei Sterne. Wir gucken mal gerade aufs Upgrade. Da ist kein Skillmove-Weekord-Upgrade am Start. Aber wir haben natürlich massiven Boost. Bei Pace am Start. Bei Physis 45. 42 Def. Ich meine, klar, von der Silberkarte jetzt auf eine 88er-geratete Karte. Guckt euch das an. 99 Jilti. 99 Balance am Start. Aber wie gesagt, 80er-Reaction ist natürlich nicht viel. Hatte er eigentlich hier, ich wollte gerade sagen, er hatte doch eine Mittelfeldkarte. Rechter Mittelfeldspieler und hier Linksverteidiger. Der ist doch nicht mal Rechtsverteidiger. Er ist links unterwegs. Alles klar, Freunde. Alles klar. 99 Jumping. 92 Hellig. Er hat 21.000 Münzen. Freunde, wir müssen nicht weiter darüber diskutieren und weiter reden. Jetzt geht es ins ZOM. Da sehen wir direkt, er ist 20.000 Münzen. Nur während, warum? Drei Sterne, drei Sterne. Frankreich Link ist da, alles schön und gut. Relativ nette Stats, aber drei Sterne, drei Sterne, da ist halt direkt vorbei. 94er Composure sogar, 96er Stamina, aber bei drei Sternen, drei Sternen, gute Nacht. Wir gehen in die Innenverteidigung und wir haben einen Engländer am Start. Also insofern ein bisschen was linkbar ist es da. Oh, 84er-Reaction ist aber tatsächlich nicht viel. Reaction-Stat extrem wichtig für Innenverteidiger. Und der ist natürlich, wenn wir jetzt auch die Vergleiche sehen, bei den ganzen Innenverteidigern nicht wirklich hoch. So, aber was ich da sehe, was bei ihm sehr, sehr hoch ist und das ist geisteskrank, das ist die Physis. 98er Physis. Was ist bei ihm da los? 99er Jack und 90er Reaction, 96er Stamina. Also die Ausdauer ist auf jeden Fall da. Anchor drauf und trotzdem Spaß haben mit ihm. Einfach mal testen im Fun Squad. I don't know. Mal schauen. Vinicio Sousa. Oh, der hat zwei Sterne, drei Sterne. Gut, ist in Bronze-Set Sieber, Freunde. Ja, also hinter den Ohren aufschreiben. Er ist in Bronze-Set Sieber. Das heißt, vielleicht, wenn der eine oder andere noch mehr dazukommt, werden wir wieder Bronze-Back-to-Glory angreifen und das eine oder andere mal versuchen, ein Aus-Bronze-Set zu ziehen. Aber theoretisch, weil es eine Base-Karte Bronze ist, und das sage ich jetzt gerne wiederholt, könnt ihr den Aus-Bronze-Sets aktuell ziehen. Also, zwei Sterne, drei Sterne Brasilianer. ZDM. Natürlich der Boost einfach bombastisch. Ähm, und, äh... Och, boah, die Füße ist bei 98. 95 Ausdauer. Was ist denn bitte bei ihm los? Also, das sieht man doch einfach nur gerne, Freunde. Ja, 94er ZDM mit Powerhouse. Sowas sieht man doch einfach wirklich nur gerne. Sowas sieht man wirklich nur gerne. Sehr, sehr coole Geschichte einfach. Ein Bronze-Spieler, der jetzt einfach so auf 90 geboostet ist, gibt nichts Besseres. Dann haben wir Sillimani. Nicht die Salami, sondern die Sillimani. Äh, 99 Pacer da am Start. 98 Antritt, 99 Spritgeschwindigkeit. Vier Sterne, drei Sterne. Ist natürlich jetzt auch nicht optimal. Und sonst hier und da auch wieder nette Stats. Composure nur bei 88, in Anführungsstrichen. Ganz gute Karte. Schwierig linkbar, weil er aus... Oder von den Komoros kommt. Keine Ahnung. 20.000 Münzen. Here we go. Dann haben wir einen Altbekannten. Team of the Week hat er schon. Budosch. Zwei Sterne, drei Sterne Rechtsverteidiger. Mit ordentlich Pace. Schon bei 32.000 Münzen. Die Gründe sind klar. Anchor drauf. Backbone drauf. I don't know. Versucht es euch. Überlegt es euch. Wenn ihr ihn spielen wollt. I don't know. Ich weiß nicht warum. Er ist Kolumbianer Rechtsverteidiger. Herzlichen Glückwunsch. So. Und jetzt geht es in die Offensive. Vier Sterne, vier Sterne. Hatte er das schon immer? Ja. Hatte er schon immer. Und er ist Non-Rare. Er kann als Non-Rare aus Sets, die sich gezogen werden. 200.000 Münzen. Warum kostet er 200k? Erstmal natürlich wegen den Vier Sterne, Vier Sterne. Und dann wegen diesem massiven, massiven Boost. Also das, was sie gestern beim Super League Team of the Season gemacht haben. Ziehen sie jetzt hier weiter durch. Wir haben 99 Ausdauer. Wir haben ordentlich Pace. Wir haben einen guten Schuss am Start. Ja, sehr, sehr guten Schuss. Ich meine 92, 90, 92, 94. Also alles in der Offensive 90 oder höher von den Stats. Und dann noch eine 84er Def und 88er Physis am Start. Also der ist wesentlich mehr als nur ein linker Flügel- oder Offensivmann. Der kann alles. Ja, im Endeffekt. Also ich weiß nicht, ob wir mal einen Enko... Ja, guck mal. Mit Enko oder Shadow. Wie groß ist er? 1,92 sogar. Ja, er hat nur 86er Reactions vorhin. Aber theoretisch... Oder soll jetzt kein Scherz sein? Könnt ihr den gern auch mal als Innenverteidiger versuchen, ja? Also das ist wirklich der Allrounder-Schlechter. Von mir bin ich jetzt gerade ein bisschen schockt. Powerhouse 96er ZM. Oh mein Gott. Finisher. Also das ist wirklich die Definition eines Allrounders. Mega. 200.000 Münzen. D-Kitty leer. Alles klar, Freunde. Merkt euch den Namen. Dann geht es weiter mit einem Ito. Boah, drei Innenforms hat der schon, ne? Was bei ihm abgegehen, weiß man auch nicht, Freunde. Was bei ihm abging, weiß man auch nicht. Vier Sterne, vier Sterne. Was hat seine Base-Karte gehabt? Auch 4,4. Nice. 115.000 München stand jetzt. 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit. Mega. 99 Agility, 93 Balance. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Der sieht ähnlich gut aus. Der hat natürlich die Def jetzt nicht so gut, aber auch hier wieder. 99 Pace, 90 Schuss, äh, 90 Schuss, 91 passen. 93 Dribbling, also alle Stats 90 oder höher. 93 Composure. Oh, Freunde, was ist das denn für ein Biest? Der ist natürlich relativ klein. Aber dafür eine 88er Physis mit 99 Jumping und 99 Ausdauer. Also, Freunde. Ich weiß nicht, was EA aktuell macht, aber es ist auf jeden Fall ein Big Win. Denn, solche Karten spielbar zu machen, das ist das, was wir sehen wollen. Ähm, oh, das ist einfach eine geile Karte. Punkt, Ende, aus. Ja. Rot haben wir dann draußen. Äh, da hab ich eben schon gesagt. 86er Reaktion. Die Alternativen. Aber ich würd sagen, für eine Objective-Karte kann man sich da auf jeden Fall nicht beschweren. Sieht cool aus. Und insofern weiter geht's. So. Drei, nee, zwei Stück haben wir noch. Vernacken. Oh, mein Gott, das ist, Freunde. Was seh ich denn da? Vier Sterne, Fünf Sterne. Das haben sie nicht gemacht. Die hatte schon vorher vier, fünf? No way. No way. Seine 78er Great-Karte hatte fünf Sterne Weakfoot, vier Sterne Skills. Ach, du Alarm. Gute Nacht, Freunde. Guckt euch das mal an. 99 Composure. 99 Ruhe-Stats. 99 Ausdauer. 99 Heading Accuracy. Ich mein, über den Boost müssen wir ja nicht reden, Freunde. Der ist bombastisch. Das ist ja noch besser als gestern bei Balotelli. Alle Schuss-Stats über 90 oder höher. Wie soll das denn weitergehen, Freunde? Ey, macht mich sprachlos. Mit jedem weiteren Team of the Season. Macht mich. Ich bin auf Serie A Team of the Season sehr, sehr gespannt. Ich bin auf die ganzen anderen Team of the Seasons noch sehr, sehr gespannt. Freunde, packt ihm drauf, was ihr wollt. Und ein Hawk sieht kreisteskrank aus. Shadow, sagen hier auch viele. Oh my goodness. Also dann hat er wirklich Pace und alles. Oh my. Also alles über 90. Also das ist nicht mehr erlaubt. Nein. Das ist wirklich ohne Worte. Also den könnt ihr offensiv spielen. Defensiv. Machen wir jetzt mal aus Spaß. Wie groß ist er? 1,95. Also der hat 92 Reactions. Den könnt ihr definitiv in der Defensive spielen. GG. Wenn ihr den zieht. 210.000 Münzen stand jetzt. Und dann haben wir Dennis Undaff. Ich weiß gar nicht. Wir gucken nochmal rein. Wie viel hat er jetzt geschossen? In 39 Spielen. 26 Tore und 7 Assists. Das wäre fast einer für die Nationalmannschaft, Freunde. Da sollte auf jeden Fall der Flick mal ein Auge drauf werfen. Und wir sehen die Price Range. 1,3. Oh my Lord. Was geht hier ab? Wir gucken mal auf seine Basekarte. Ich sehe das schon. Aha. Upgrade ist da. Fünf Sterne Weekend hat er ja vorher schon. Aber vier Sterne Skills hat der Kollege jetzt. Ich muss los. Ich muss wirklich. Ich bin raus, Freunde. Was soll ich denn dazu sagen? Ich bin absolut raus. Ohne Worte. Ohne Worte. 99 Antritt. 92 Sprintgeschwindigkeit. Guckt euch dieses Schuss jetzt bis auf Elfmeter einfach mal an. 96 Kurzer Pass hat der Kollege dann noch. 99. Was hat er für Trades? Finesse Shot hat er auch noch. Oh oh. 88 Composure. Könnte höher sein. Hätte ich gedacht, ist auch höher. 99 Balance. Ist aber sehr geil. 91 Agilities. Nein. Ausdauer ist da. 99 Heading FC. Ähm. Alles andere hier bei 99 schon. Ohne Chemistry Style. 98 Physis. Das ist wieder, äh, ja, W-Cost. W-Cost Level. Haaland Level. Nur Haaland hat halt 3,3. Oh mein Gott. Also das ist, ich weiß nicht, ob wir die jetzt gleich noch vergleichen. Mit einem Basic ist der 97er Stürmer wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier, ja, Basic. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier ein Camp City 3 draufpacken müssen. Engine und Artist wird dir noch empfohlen. Ich würde bei einem Basic bleiben. Ich sage es euch, wie es ist. Ich würde bei einem Basic bleiben. Und lasst uns jetzt mal zum Ende, ja, Generation, jetzt hat er schon die, äh, kurz vergleichen mit einem W-Cost. Ich weiß, den haben viele nicht gemacht. War natürlich auch eine günstige SPC. Klar, er hat keine 5-Stelle-W-Code, aber 4,4. Total Stat, In-Game-Stats mal anschauen. Oh, sehr, sehr ehrlich. Sie sind wirklich sehr, 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 sehr ehrlich. Und, äh, passt quasi auch der schlechteste Stat, in Anführungsstrichen. Also direkt an W-Cost muss ich denken. Und wir gucken uns jetzt noch den, äh, guten Haaland an. 95er geratet ist er am Start. Ja, und der kommt In-Game-Stat und Total-Stat-mäßig auf jeden Fall auch sehr, sehr nah. Äh, ich habe beide W-Cost im Verein. Und, äh, auch hier sieht man, wie gesagt, Physis hoch, Dribbling hoch, Pace hoch, Schuss hoch und der passt halt als Schlechtesten. Also im Endeffekt, oder beziehungsweise, ähm, Dev ist natürlich der Schlechteste, aber wie gesagt, unabhängig von Dev, der Schlechteste Stat. Und insofern, Freunde, das ist genau so ein Typ. Und, äh, äh, Deutschland-Link ist auch noch da. Also das heißt, der ist easy zu linken. Und insofern ein Träumchen. Also ein Biest. Ein Sheet-Code. Ein Allesgönner. Äh, und da haben wir wirklich drei, wenn nicht sogar noch mehr am Start. Die mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch ist sehr, sehr geil. Farnacken ist auf jeden Fall mega. Und dann haben wir auch den Stürmer D-Kete-Lehre. Und dann haben wir Ito vielleicht noch. Und alles andere ist vielleicht eher uninteressant. Aber auch wieder ein sehr, sehr cooles, äh, Team of the Season. Also EA auf jeden Fall ein fettes GG. Einmal an EA raus. Äh, finde ich eine mega coole Geschichte. Und insofern kann es sehr, sehr gerne so weitergehen. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieses Videos machen wir. Zur Ehre des Team of the Seasons. Einmal noch 50k-Set auf, wenn wir es hier denn haben. Wenn wir es hier denn haben, Freunde. Was haben wir? Ein FX-Pack. Haben wir hier nur FX-Packs am Start? Wir gucken gerade mal hier rein. 83-Pluser, Stürmer, Mittelfeld. Drei-Spieler-Sets, Serie A. Dann wird es halt ein seltenes Elektrom-Spieler-Set. 82-Plus garantiert, Freunde. Jetzt wird es blau. Mit Ansage. Come on. EA, zeig uns was Gutes. Hey, der Walkout ist da. Wen haben wir? Die Baller. Freunde, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, gern interagieren. Vergesst es bitte nicht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Flo von Natschi Gaming. Ciao, Leute.